was geht YouTube Gangster TV ist am Start hier folgt und ja ich bin hier gerade mit einem Auto ein bisschen nach Hafen vorbeigefahren und ähm dann bin ich ja in die Generale gefahren und dann habe ich bemerkt dass die auf einmal aufgeht und ja es ist ziemlich cool für GTA Online halt sich um Gangner zu verstecken oder überhaupt ist es ziemlich cool weil hier drin kann man sein Auto packen wenn man da hinten hingeht dann geht es auch zu man kann ja auch an PC und so und ja zum Thema Online also ich finde es wirklich ein bisschen blöd von Rockstar dass die einfach die Updates nicht mehr für Old Gen machen sondern nur noch für Next Gen also sieht auf jeden Fall so aus und das ja das finde ich halt ziemlich blöd weil ja ich bin halt noch auf Old Gen weil ich hatte keinen Bock ähm für das gleiche Spiel zweimal zu zahlen und ja das finde ich halt schon ziemlich scheiße von Rockstar und ja könnt ihr ja mal sagen was ihr so davon haltet und und ja also dann ist noch mal zur Garage also man kann ja eigentlich nicht viel machen okay doch mal ja es hat trotzdem ziemlich gut also Ups was ist das also man kann mit der Sniper ich glaube an den Kanister schießen ich weiß nicht ob er explodiert doch der explodiert wir können sogar mit verrecken wir können sogar mit verrecken nein ich glaube ich nicht so okay das ging schon mal mal gucken ob das da auch geht ja das geht auch also in der Garage kann man sehr viel hochjagen ja so sieht's aus und hier ne ne das kann man nicht in die Flanke ja okay das war's dann auch von mir und wie gesagt ich werde halt in nächster Zeit nicht so viele Videos raushauen weil ich nicht so viel Zeit habe nur vielleicht an Wochenenden oder so ja also dann schau